Wie so ein Frosch? Mach auch mal. Wie leicht es aussieht, ne? Darauf muss man erst mal kommen, auf diese ganzen Beschäftigungen. Naja, es gibt doch diese von einem raus zum anderen springen. Das ist doch hier aufregend. Es geht ja noch. Obgleich er könnte sich da böse verletzen, ne? Aber guck mal, diese Architektur ist ja sehr gewöhnungsbedürftig. War preiswert, glaub ich, ne? Er hat ja gleich den ganzen Strand hoch. Ist er hingefallen? Ne, er hat aufgehört. Jetzt zieht er sich das Bein lang, hinten, so hier. Hier bist du hinten. Ja, das kann ich ja auch nicht. Der Hannes kann das auch nicht. Vielleicht gibt es auch das Bein. Er nimmt immer hier Magnesium. Aha. Er sagt, das ist genauso gut bei Aldi wie in der Apothek. Ja. Ich hab das früher auch genommen. Ich weiß nicht, ob das so wirklich hilft. Ein Pool ist hier nicht. Ich dachte, da vorne ist ein Pool. Das ist da drin wahrscheinlich. Ja, ich dachte auch. Ne, das ist nur so eine Rasenfläche. Ist ja noch drin, hinter. Ich habe es nicht in jeden Tagenmal. Ja, mit. Ja, danke. Vielen Dank.